Das ist schon generiert. Deswegen ist das Kabel wahrscheinlich immer noch da. Was hier sollen welche aus Kinder bestellen mit 5 Steckern dran? Und jeweils... Wird alle in fucking Kontakt haben. Boah, guck mal die Pyramiden sind noch fucking besser aus hier. Das sieht so vornewegig aus, aber diese fucking Pyramiden.